Das ist sehr bedauerlich, dass es immer noch nicht gleiche Lebensverhältnisse gibt zwischen Ost und West, dass es nach wie vor erhebliche Unterschiede gibt im Bereich der Lohnentwicklung, dass es erhebliche Unterschiede gibt noch immer in den Arbeitslosenquoten, die in Ostdeutschland deutlich höher sind als in Westdeutschland und damit auch in den drei Bundesländern, über die wir heute sprechen, deutlich höher sind, dass es immer noch unzureichende Infrastruktur und zum Teil grotesk fehlgeleitete Infrastrukturprojekte gibt. Ich möchte nur an einen gewissen Flughafen erinnern, der offenbar selbst am St. Nimmerleinstag nie fertig sein wird, dass der Mittelstand, die mittelständische Wirtschaft nach wie vor unterentwickelt ist in den ostdeutschen Bundesländern, dass Hartz IV ein großes Problem ist, weil es nicht nur temporäre Unterstützung für Menschen ist, die eine Zeit lang keine Arbeit finden, sondern ein gewisser Teil der Bevölkerung dauerhaft abgesunken zu sein scheint, in die Abhängigkeit von Hartz IV und von großer Frustration gekennzeichnet ist. Ein Teil der Bevölkerung, der offenbar auch von einem Bildungssystem nicht hat profitieren können, von dem man eigentlich hoffen sollte, dass es alle Menschen so weit ausbildet, dass sie auf dem Arbeitsmarkt ihr Auskommen finden können. Dass es überdurchschnittlich hohe Kriminalität in diesen Bundesländern gibt, insbesondere in Bereichen, die nah an der polnischen Grenze sind. Und dass sich die Perspektivlosigkeit, die viele Menschen in Ostdeutschland empfinden, auch darin niederschlägt, dass die Geburtenrate sehr viel niedriger ist, als sie das teilweise in der DDR gewesen ist und manche Gebiete unter Abwanderung leiden. Also alles das, denke ich, deutet darauf hin, dass wir so etwas Ähnliches wie ein Staatsversagen in Ostdeutschland haben, dass die Versprechungen und die Erwartungen, die die Menschen empfangen haben, beziehungsweise die Erwartungen, die sie empfunden haben, nicht vollständig eingelöst worden sind und sich daraus dann auch eine entsprechende Verärgerung ergibt und eine Abwendung teilweise vom politischen System, die sich in niedrigen Wahlbeteiligungen niederschlägt. Die Alternative für Deutschland möchte genau dazu dann auch eine Alternative darstellen. Wir empfinden wie ein großer Teil der Bevölkerung in Ostdeutschland die politischen Parteien dort als profillos. Die Profillosigkeit lässt sich vielleicht am besten dadurch veranschaulichen, wenn man sich überlegt, dass eigentlich jeder mit jedem zu irgendeiner Gelegenheit dort koaliert oder Koalitionsabsichten hegt. Die SPD geht mal in Brandenburg mit der Linken und mal geht sie in Thüringen mit der CDU oder spekuliert auf oder hofft in Dresden auf ein solches Bündnis. Sie hofft auf ein Bündnis mit den Grünen in Thüringen, genauso wie die CDU das dort tut, die andererseits keine Schwierigkeiten hat, mit der FDP in Sachsen zu koalieren oder auf eine große Koalition in Brandenburg zu hoffen. Also man sieht gar nicht mehr, dass die Parteien für bestimmte Inhalte stehen, weil geradezu eine Beliebigkeit in den politischen Beziehungen existiert, die ein wenig erinnert an die Beliebigkeit von Beziehungen in einem Swingerclub. Das frustriert und verärgert die Menschen in den neuen Bundesländern in erheblichem Maße. Wir erleben diese Stimmung sehr intensiv, auch in der Vorwahlkampfzeit, dass uns Menschen sagen, für diese Art von politischer Beliebigkeit, von Profillosigkeit, von Demokratie sind wir eigentlich nicht auf die Straßen gegangen. in der friedlichen Revolution, das haben wir uns ganz anders vorgestellt. Wir haben andere Formen der Mitwirkung, der demokratischen Mitwirkung uns erhofft. Und auch das ist ja ein zentrales Anliegen, immer der Alternative für Deutschland, dass wir uns für mehr direkte Demokratie einsetzen. Zurzeit haben wir diese Möglichkeiten noch nicht, sondern wir müssen die Bürger darauf vertrösten, dass es immerhin einmal alle vier Jahre die Möglichkeit gibt, zur Wahl zu gehen. Und wir wollen sie ermutigen, zur Wahl zu gehen und dort dann für eine stärker an Inhalten und an Werten orientierte Politik zu stimmen, wie sie die Alternative für Deutschland ausdrücken.